So, Tag Nr. 4 müsste das sein, oder? Ja, ich glaube schon. Vogel, sei bitte ruhig. So, erstmal gucken, was denn wo die Aktionshaus losgeworden sind. Oh, so einiges, sehr schön. Ja, gut, einiges, naja. PetXP. Das war's schon. Gerade nämlich noch eine... Oh, warte mal, da haben wir noch was. Quit Damage. Oh Gott. Ich hab nämlich gerade einen Chaos Arena Schlüssel geschickt bekommen. Wahrscheinlich renne ich da gleich noch rein. Und jetzt ist er auch wochenendär. Ich hoffe, ich kann heute ein bisschen mehr starten. Jo, das passt. Was haben wir hier noch? Zweimal HP. Beim Aufteilen. Danke. Und... Ja... Danke. So, rein da. Upgrade. Armor HP. Hi. Es passiert nichts. Es... Jetzt, 300k. Machen wir das auch auf 299. Nein, dann passt das. Oh Gott. Heute ist das Auktionshaus extrem wieder langeram. Gott. 4-Score habe ich auch noch hier. Oh, ich habe noch 2 4-Score-Hai hier. Mein Gott, ich habe ja alles Mögliche hier noch. So. Noch was, was ich verkaufen kann. Draußen sind alle Charbwining. Das war's. Gut. Jetzt verabschiede ich und ich werde erstmal losrennen. Also, bis später. So, Feierabend für mich heute. Ähm... Ähm... Jetzt muss ich mal kurz mal gucken. Da. Ähm... Es ist nicht viel passiert. Ähm... Es geht eigentlich. Was bin ich jetzt gerannt? Einmal Chaos-Rena. Was hat ihr denn hier gesehen, dass ich das Entry hatte? Ähm... Ja, zweimal Lava-Helfeier hatte ich ja noch einen Moment gehabt. Ansonsten war's das, ne? Und 4x MO. 64 Punkte. Müssen kommen. 4x MO sind 40. Könnte ich selber ausrechnen, wenn ich was vergessen habe. Meckert mich aus. Aber im Groben müsste das entkommen. So, dann werden wir erstmal alles weg. Also erstmal die Dungeon-Point anlösen. Oh, alles so noch. 18 Milliläsen. Äh... Na gut, so, dann werden wir mal einen Moment anlernen. Ähm... 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 Erstmal das kaputtmachen, ja. Was unwichtig ist. Ähm... 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 Auch unwichtig. Nichts Wichtiges dabei heute, wa? Die Katana ist aber für'n Arsch. Weil... Nur... Nur 4 Scorpies ist, ey. Oh'n Scheiß. Das wird... Das kann man kaputtmachen. Das kann man auch kaputtmachen. Ähm... Ähm... Ich... Versuche das eher zu verkaufen. Gucken. So, die brauche ich nicht. HP... Oh, das ist gut. Sub-Metal. Sub-Metal. Quit-Damage haben wir hier. Und nochmal Quit-Damage. Sehr schön. Sind 2 in 9. Ähm... Dann werden wir erstmal alles verschärbeln. So, ich hoffe, die Musik ist nicht allzu laut. So. Ach komm. Waiting for server response, ey. Fickt euch da. Mich nervt ein bisschen Kabar zur Zeit, ey. So. Dass da einfach nichts geregelt hier wird. Also vom Server her. Bisschen so... Genervt wieder davon. So. Ich glaube, good go high ist rein. Good go high. Ich drehe mal ein bisschen leise. Nicht, dass YouTube gleich meckert. Hier, ne? Ne? Das ist Musik von jemand anders und so, ne? Wir blockieren dich jetzt. So, ich hoffe es einfach nicht, dass es passiert. Na, Fosca High ist. Die sind immer... schwer zu verkaufen. Na, das ist immer so drinne. So, HP. Ja, HP. Zwei Plätze hab ich noch. 300k. So, mir je nach. Das kommt jetzt Deutsch, Deutsch. Oh, Fosca High. Da haben wir nur einen. Na gut. Das ist drinne. Und dann das Applet of Sage. Ist nur ein Plusvierer. Aber immerhin als Sage. 400k ist das Belegse. Machen wir so. Boah. Fertig für heute. Ich verabschiede mich. Und dann würde ich sagen, das rennt mich morgen. So, dann sehen wir uns morgen wieder. Also, bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.